Ich bin Volker Daumann, ich bin seit 30 Jahren bei der Firma Stevens, momentan Brand Manager und zeige euch hier das Topmodell der Cyclecross-Klasse. Es ist das Super Prestige, mit dem und dessen Vorgängern 18 Leute Weltmeister geworden sind in verschiedenen Disziplinen. Also das Rad ist leicht, das ist agil, das ist schnell, das ist Wettkampferprobt. Wir bieten es jetzt im Jahr 2021 hier mit der gezeigten 1x12 Force ETAB AXS Funkschaltung an. Dazu gibt es noch eine Version mit Shimano 1x11, Shimano 2x11 und auch Shimano Di2 2x11. Man hat also sehr, sehr viel Auswahl, was die Antriebskomponenten, was die Größen, was die Farben betrifft, da ist für jeden was dabei. Wir empfehlen Leuten, die auch abseits der Straße schnell und agil fahren wollen, eine Probefahrt mit dem Modell. Im Gegensatz zu den Gravel-Modellen ist es etwas agiler, hat ein bisschen steilere Lenkwinkel, ein bisschen kürzeren Radstand. Für den, der es mag, ist es Typsache, aber es ist sehr aerodynamisch, sehr fahreffizient und macht irre viel Spaß. Die Cyclocross Super Prestige Modelle kosten als Rahmenkit 1.599 Euro, als Komplettrad 3.099 Euro bis 3.999 Euro. Wer es möchte, gerne beim Stevens Händler anschauen, Probe fahren, es lohnt auf jeden Fall. Sie kommen zum Beispiel im Gegensatz. Hieruerren繼續 Schwer. Sie kommen dolends zum Beispiel in unsere Sachsen 1000 Euro. Können Sie sich aus der Schwer cough? Es kann Kat alguns mal kurz ber-Aval Ingdle sein. Untertitelung des ZDF, 2020